Hallo, ich sitze hier mit Seewing und Baha vom Hockenberg und möchte erfahren, was hier in nächster Zeit so passieren soll. Erzähl mal. Also wir haben in Zukunft vor Themenabende zu veranstalten und zwar im regelmäßigen Abstand. Der nächste Themenabend, das ist ein Spare-Rip-Essen bei uns hier auf dem Hockenbergs mit einem tollen Salatbuffet, leckerem Brot und alles, was dazu gehört. Und das findet statt am 9. Juli und beginnen tun wir um 18 Uhr. Das fühlt sich sehr schönen Abend. Ich glaube, das wird für die Leute interessant. Das wird sicher nicht die einzige Veranstaltung sein, sondern ihr plant sicher immer mal wieder etwas Neues. In welchen Abständen? Und habt ihr euch schon bestimmte Themen überlegt? Tatsächlich haben wir schon angefangen. Wir hatten schon einen Barbecue-Abend und hatten am Morgen auch einen Escambi-Abend. Und das wollen wir alle zwei Wochen wiederholen. Meistens am Freitagabend, damit man auch das Wochenende dann noch hat, um sich auszukurieren von einem netten Abend. Und wir wollen, wie gesagt, es gibt eben Barbecue, die sich wiederholen. Escambi-Satt-Essen wird sich wiederholen. Wir wollen die Spare-Rips wollen wir regelmäßig machen. Wir möchten uns gerne auch Wein-Tastings machen, wo man einfach mal so ein bisschen hier einen Weinexperten mit einlädt, ein paar Weine vorstellt. Wir hatten die Idee, auch mal so einen Skat-Abend regelmäßig einmal im Monat zu veranstalten. Und ansonsten sind wir da sehr kreativ. Also es lohnt sich immer wieder mal vorbeizukommen. Also es dürfen Leute Vorschläge machen? Es dürfen Leute Vorschläge machen, sehr gerne. Und es ist auch so, dass wir wirklich natürlich auch die Mitglieder hier gerne sehen, aber auch Gäste, die einfach so mal vorbeikommen wollen. Es ist so eine schöne Terrasse, dass wir ja eine Verschwendung, wenn man das nicht macht. Das hört sich schön an. Ja, um kein Video von uns zu verpassen, muss man unten bei YouTube die Glocke drücken. Wir freuen uns auch über ein Gefällt mir. Und wer mal selbst ein Thema hier erörtert haben will, der spricht uns gerne an. Und für Vereinsvertreter ist das sogar kostenlos. Wir freuen uns. Wir sehen uns.